Einen wundervollen guten Tag zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege mit Darlucat, CrabSwan, Liquid und dem Sachsen. Quak-Quak! Hallo! Let's go! Nimm die Klappze! Wollen wir mal hier? Ja. Ja, kannst du ja immer mal machen. Ja, gerade wenn die beispielsweise vielleicht unten einen Garage haben, kannst du schön das Garagentor aufklöppeln. Gibt es hier eigentlich diesen Gift-Container nicht mehr? Doch. Das ist schon vorne. Ja, hier, Secure Area. Ja, doch, klar. Ich finde, das ist eigentlich der coolste Spielmodi. Ist nur selten geworden. Und das ist gerade Geisel. Hostage. Oh yeah, ich habe wieder was zu tun. Ja, erstmal mit Ladenverlegern. Nee, ich bereite mich schon mal geistig auf die Ermordung der Geisel. Auf die totale Dominanz. Ja, geil. Auf die totale Dominanz der Geisel. Ah ah. Oder so. Soll ich verrundern? Ist schon hoch. Ähm. Müsste unten sein. Serverraum? Oh. Serverraum. Hi. 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 hochgelötscht das war so close ja weiß ich nicht, hat einer die Kamera weggemacht? ja dabei ihr hält doch nur nen Schuss aus ich will's, will aber nicht hab ich ne, wot? das ist ja witzig geht nicht kaputt ne? jetzt ja ja, über das Geländer nicht man hat's doch gehört, dass man das Geländer trifft äh, toll am ersten Blick hab ich da keinen gesehen aber wer weiß in welchen Ecken Buben da wieder rumlungern wer schießt da wo? äh, ich krieg halt die Decken Luke nicht weg leider guck mal, kannst du hinter dir am Fenster rein? welche willst du weg machen? äh, die drei halt ne am besten alle dann kann man reingucken die andere hat Liquid jetzt gemacht? ne noch nicht nach da und den hab ich auch noch Ich krieg den nicht kaputt ne? Den hab ich erschossen Der letzte scheint nicht im Raum zu sein Bin dran Der ist da drinnen, der ist da drinnen im Raum Danke Oh komm an die Geisel er schießt Ich lebe ich dir lieber auf Trampelt er noch schön drauf rum Anstelle ihn aufzuheben Von mir ist gekwürmt, lieg ich da Steht nicht einfach auf Ich kann mich selbst drauf hieben Man lernt ja was Man lernt ja aus Fühlst du ihn jetzt auch als Angreifer gleich? Was? Fühlst du ihn auch als Angreifer gleich? Ja dann schön wärs Lass mich auf das Gegner-Team Dann muss die mich einfach aufheben Armour-Panels Was? Wie das Ding da vor dem Stacheldraht stand Ich komm nicht weiter Machen sie bitte zu Soll ich hier zumachen oder willst du hier das Loch drin lassen? Keine Ahnung, kannst auch zumachen Ja wobei Vielleicht aus dem Winkel hier ist es gar nicht mal so schlecht Ich höre welche Links neben der Garage Ich kann die nicht sehen, aber ich höre sie Ich höre welche kaputt die Tür das jetzt nicht sehen Und die sind hier in den Dings in dem Fenster oben, ne? Genau da wo du aufgeschlossen hast, Kontragland Das Problem ist nur, dass Das liegt ein bisschen mehr Au! Hä? Hast du das gerade aufgemacht oder? Nö! Neben mir ist ein Nate gelandet Und ich bin da eine Etage tiefer geflogen Und hab's halt Ich hab gesagt Ahja, alles klar, ist okay Die will feuern nicht nach unten Nein, ich feu- nicht unterfall Oben im Hauptraum Von dir aus weiter links dann Der linke Gang Oh Gott Jaja Ich find dich jetzt gerade nicht Ja Dahinter wären die alle gewesen gerade Alle sind ja nicht so gut Ich pass hier auf die Ecktreppe auf Rechts bewegt sich was Du siehst ja den Schatten Unten rechts bei dir Ich glaub die steppen immer noch auf dem Dach, oder? Die sind oben auch, ja, die sind oben auf dem Dach Bei dem Links Der hat sogar einen Headshot kassiert Sieht man ihn dann ja Der hat ja tot Der hat ja tot Jaa, sagste Schön, einer Rechts Fenster muss er aufpassen, sagste Fetch hat auf jeden Fall nichts mehr Also der ist richtig low Also der ist richtig low Leg die unter dem Schreibtisch einfach mal Jaa Oh Ich hab die Ich hab die Seht doch nicht Der hat aber ein bisschen gefressen Hab einen blockiert Da wo Sachse gestorben ist Ja ich markier ihn die ganze Zeit Ja Same Jetzt hat er die Kamera gesehen Ok Jetzt gerade wo ich rechts übergeguckt habe Kommt der um die Ecke Ja der hängt draußen am Fenster Ja der hängt draußen am Fenster Ja Hier die normale Treppe hoch Kommt man Also unten runter Wendeltreppe hoch Ne aber Weiß nicht wie lange Nein, nein, nein Ok Rechts Ich mach die Wie willst du da reinkommen jetzt? Da steht der andere Ach der war schon im Raum drin Ja Ich hätt einfach da bleiben sollen Ja und dann? Ich hätte die Geisel gesehen von da Ja und mit der Shotgun hätt sie geworft Na klar Ah ich hätt warten sollen Du solltest die normale Wendeltreppe einfach hochgehen Du musst doch nah ran kommen Ich hätt einfach warten sollen Nein, dann hättest die Runde gesaved Wie hast du es überhaupt geschafft dich aufzusperren? Weil ich hab da mit Carson ja die Wand zugemacht Die hatten die Wand da aufgeschweißt Da bin ich durch Ich dachte da kommt noch ein zweiter eigentlich Ich dachte nicht dass Sermut alleine da unterwegs ist Eigentlich der den du normalerweise nicht alleine rumlaufen lässt Oh ja hier Shit Zu weit gefahren Warteraum Seh nichts Nice Nice Barge Hi sir Hallo Pantastion ist unten Ja Danke Alter Diese Kamera Steht an einer Tür Der hebt den Jammer jetzt grad auf Der Jammer liegt da noch Ja Er stand grad aber genau an der Tür Ja glaub ich ja Kannst du den Jammer kaputt machen Dann kann ich mit meiner Drohne weiter fahren Er sitzt hinten rechts Hier das ist er Na Erinnerung? Ist grad abgelenkt von meiner Drohne Warte Ne ich glaub sind zwei Links ist noch einer Ja Der Typ Da sind zwei drin in dem Raum Ja der eine ist grad komplett auf die Drohne fixiert Hier der in der Ecke Drei Leute sind hier drin in dem Raum Drei Vier Der ganze Raum ist voll jetzt Kannst du mal markieren? Kann einer markieren? Ich bin grad gestorben Kann ein anderer bitte? Lass mich mal erkunden an Kann nicht verschwinden Kann nicht verschwinden Ein Loch Und einer Low Und einer Low Leads liegt da down Was das war? Das ist für ein Einsatz hier genug Das war ein Einsatz Die haben so lange auf mich geballert Dass ihr genug Zeit hattet Wir haben da komplett reingeballert in den Raum Wie sind alle liegen ey Die kamen ja nach und nach Ja ja richtig Und rüber Da ist einer drin Noch einer Ok jetzt ist drei Oh jetzt ist vier Babababababab Das ist eigentlich ganz gut Das ist es. Wenn ich rauskomme, gehe wieder andersrum. Ich lasse die andere Tür offen. Nämlich nicht beide neu machen. Ich habe drei Drohnen. Ich habe zwei. Okay, perfekt. Ich habe gerade irgendwer hätte Schaden bekommen. Die sind auf jeden Fall schon direkt über uns. Ich habe jeden Fall irgendwas öff gemacht. Nice. Tschüss. Da oben war einer. Ah, shit. In den kleinen Raum. What the fuck? Oh, da. Warte mal, ich... Alter. Schade. Lass ihn kommen, lass ihn kommen, lass ihn kommen. Ich wollte gerade sagen, sagst du du hast ihn, oder? Der Gegner hat Sichtkontakt zu Geisel. Der ist gerade in seiner Cam drinne. Jetzt nicht mehr. Immer noch. Mit der Cam kann ich nicht abknallen. Schön. Das ist ein Lauterngap. Nice. Ne, der ist immer noch ne. Ne, der ist immer noch ne. Ah, ne. Ist er dann. Oh, Garage geht auf. Ah, hier ist alles zu. Mist, ich habe mich selber eins eingestellt. No, ich lieg aufm Boden. Und ich kann nicht die scheiß C4 zünden durch den ich mir in den Kopf geworfen habe. Ich glaube ich kann nicht markieren. Da sind übrigens zwei. Hör mal es jetzt aus, aber da ist noch einer mit reingegangen. Also alle sind jetzt da in der Garage. Ah, ich werfe mein C4 genau zwischen beide, ey. Und ich kann es nicht zünden. Shit. Äh, Drohne kommt Haupttür. Wahrscheinlich. Ne. Doch. Ne, die ist weit außen rum. Die kommt hinten rein. Die kommt hinten rein. Ich will nur wissen, ob der mir nicht auf den Kopf springt. Weil da ist nämlich noch auf. Ne, sieht nicht so aus. Ach, hat mich. Ehh, der letzte ist Satcher. Der müsste noch durch alle Zun Wände. Da nennen der Sachse. Hilft ich. Hier, habe markiert. Oben ist doch eins offen, oder nicht? Er ist markiert. Ja da ist der Sachse. Halt einfach auf die Tür gleich. Warte, du hast noch nicht mehr viel Schuss. Nicht mehr viel Schuss. Du musst ja nachladen, das meine ich. Ach so, hab ich grad. Wenn er noch mal hinkommt zum Hauen, schieß direkt auf die Stelle, wo du ihn siehst. Weil die nicht gleich. Nicht auf die Füße, sondern Prost. Da rechts oder im Loch rechts. Jawohl, Sachse. Wollen wir mal so ein bisschen locker. Ja, er ist schon drin jetzt. Er kommt nicht raus, er kommt mit der Geise erstmal nicht raus. Fünf Sekunden übrig. Geh links raus, einfach aus der Tür. Die Zeit war doch um, oder nicht? Er hat sich in der letzten Sekunde erschossen. Und er hat die Geisel, dann hat er unendlich Zeit noch nicht. Aber auf jeden Fall war eh noch eine Sekunde. Also, so oder so wäre noch alles in Teil gewesen. Bei mir war die Zeit auf null. Und er hat auch mit der normalen Waffe mich erschossen. Aber er hatte ja in der Endanimation auch die Geisel in der Hand. Ne, ich war ne... Es war auf jeden Fall noch eine Sekunde Zeit. Ja, von der Zeit her hat es gepasst. Bei mir war es aber mega strange. Weil bei mir hat er weder die Geisel gehabt, noch hat er dich angeguckt. Der hat bei mir links in die Ecke geschossen. War einfach nur ne verdackte Kid Kid. War es legit. Ja. Dass es einfach nur links aus dieser blöden Tür rausgehen müsste. Wenn wir schon mal dabei sind. Bei mir hatte er nicht mal irgendeine Animation. Da ist er einfach stehend hin und her gewutscht. So, die Säcke sind hier durchgekommen. Oh, die Geisel saß da eben auch nicht. Ist es überhaupt Geisel? Ja, ich weiß Deutsch. Ja, ich weiß Deutsch. 5 Sekunden noch. 5 Sekunden noch. Nichts zu sehen oder zu hören? Wobei doch zu hören schon. Einer kommt Garage, die Treppe. Also die Ecktreppe. Geht der runter oder geht der hoch? Ich höre nur, dass sie die Tür da aufmachen. Ist unten? Zwei Leute? Ein Schild war das. Er hat mich gehört leider. Schade. Und dann in die Kamera? Ja klar, da kommt eine. Drohne, ja. Kommt jetzt rein gleich bei dir, Sachse. Die Drohne kommt. Da ist sie jetzt. Ein Kapsack. Vorher, das ist aber wieder Thatcher. Der aus der letzten Runde. Ich bin in der Kamera unten in dem Flur. Du hast gerade. Auf, du hast den Tisch durch, ey. Thatcher. Nichts zu riskieren. Er hat ein bisschen mehr als halbes Leben. Ich krieg eine neue Drohne. Und wieder unter der Tür, sagst du jetzt. Jetzt läuft er. Er kommt. Ist jetzt unter der Kamera. Kannst nicht. Ich glaub, du musst nachladen. Läuft. Schön Kunran. Ich hab ja gehört, wie er da angelaufen kam. Ja, ja. Hast du ja die Waffe da auch gesehen? Das ist jemand, ne? Da kam er. Ich hab den Schatten gesehen. Sehr gut. Zwei gezielte Schüsse. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Schaut bei den anderen vorbei. Die Links sind unten in der Videobeschreibung. Unten ist die? Unten. Genau, unten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.